Lisbeth Minna-Sophie Isolde Käthe Haag, auch Käthe Haag, war eine deutsche Schauspielerin, die auf eine beinahe 70-jährige Filmkarriere zurückblicken konnte. In dieser Zeit spielte sie in rund 230 Film- und Fernsehproduktionen mit. Leben Käthe Haag war die Tochter des Tuchkaufmanns und Berliner Stadtverordneten Karl-Wilhelm Paul Haag und seiner Ehefrau Sophie Margarete, Geb. Jan. Nach dem Besuch eines Charlottenburger Privatlyzeums nahm sie Schauspielunterricht bei Serafin Deci und Hans Kaufmann. 1914 erhielt sie ihr erstes Engagement am Stadttheater Göttingen. Ab 1915 spielte sie vor allem in Berlin. Dort trat sie besonders an den Bühnen von Viktor Barnowski auf, außerdem am Theater am Kurfürstendamm, Theater am Schiffbauerdamm, Häppeltheater, Theater in der Königgrätzer Straße, Volksbühne Berlin und Deutschen Theater. Zu ihren Rollen gehörten Johanna in Der einsame Weg, Anni in Verrenk-Molnars Spiel im Schloss, Klärchen bei der Uraufführung von Der fröhliche Weinberg 1925 und Mathilde Obermüller, Die Frau des Bürgermeisters, bei der Uraufführung von Der Hauptmann von Köpenick 1931 am Deutschen Theater unter der Regie von Heinz Hilpert. 1935 bis 1944 war sie am Preußischen Staatstheater Berlin unter Gustav Gründgens engagiert. Bereits 1915 absolvierte sie auch ihren ersten Filmauftritt. Als äußerst wandlungsfähige Schauspielerin erhielt sie zahlreiche Rollenangebote und konnte ihre Karriere auch nach dem Ende der Stummfilmzeit fortsetzen. So spielte sie 1943 an der Seite von Hans Albers die Baronin Münchhausen in Münchhausen. Ebenso gut gelang ihr der Übergang vom Fach der jungen Naiven in das der Ehefrau und Mutter. Zuletzt war Käthe Haag, die auch weiterhin als Theaterschauspielerin in Berlin erfolgreich war, als vornehme ältere Dame in Fernsehspielen zu erleben. Wichtige Nachkriegsrollen am Theater waren MRs, Antrobus in Wir sind noch einmal davongekommen, Gina Eckdahl in Die Wildtente, MRs, Higgins in My Fair Lady und Luise Maske in Karl Sternheims Der Snob. Daneben wirkte Haag in zahlreichen Boulevardstücken mit. Gastspiele führten sie unter anderem nach München an die kleine Komödie am Max 2. Sie war seit 1916 mit dem Schauspieler Heinrich Schroth verheiratet. Ihre Tochter Hannelore Schroth sowie ihr Stiefsohn Karl-Heinz Schroth waren ebenfalls bekannte Schauspieler. Käthe Haag starb im Mai 1986 im Alter von 88 Jahren in Berlin. Die Beisetzung erfolgte auf dem landeseigenen Friedhof Herrstraße im heutigen Ortsteil Berlin-Westend. Die Tochter Hannelore Schroth wurde bereits im folgenden Jahr an ihrer Seite beigesetzt, ebenso später deren Sohn aus dritter Ehe, Christoph Kant-Tapper-Köster. Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte von Käthe Haag seit 2018 als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet. Die Widmung gilt für die übliche Frist von 20 Jahren, kann anschließend aber verlängert werden. Auszeichnungen 1967 Ernennung zur Berliner Staatsschauspielerin 1973 Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1978 Bundesverdienstkreuz I Klasse! Zwei chlor